. 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 Grüezi miteinander und recht herzlich willkommen zu der Basler-Zeitungs-Standpünkt. Die SVP und die FDP haben die Wahl gewonnen. Wir fragen in dieser Sendung, was das für die Zusammensetzung des Bundesrats bedeutet, was das für wichtige Themen der Schweiz bedeutet, im Verhältnis zur EU, zum Beispiel Rentenalter oder die Energiewende. Wir machen es mit den drei grössten Parteien. Ich freue mich sehr auf unsere Gäste. Ruedi Noser ist bei uns im Nationalrat kandidiert für den Ständerat FDP-Kanton Zürich. Bei uns ist Christoph Blocher, Chefstrateg der SVP und ehemaligen Bundesrat. Ich begrüsse Hans Stöckli. Der Ständerat Kanton Bern wird wahrscheinlich wiedergewählt. Der Ständerat steht im Moment noch in der Wahl. Wobei, man muss sagen, es ist eine aufgezeichnende Sendung. Die Sachen können sich auch noch entwickeln in den nächsten Tag. Ständerat SP Kanton Bern. Und wie immer Marco Somm, der Chefredaktor und Verleger der Basler-Zeitung. Guten Abend miteinander. Ich werde eigentlich nicht darüber reden, ob die SVP jetzt den Anspruch auf den zweiten Bundesratssitz hat. Es gibt viele Argumente dafür. Das denke ich mir relativ eindeutig. Ich möchte eigentlich gerne wissen, von Ihnen zum Beispiel, Herr Stöckli, wenn Sie den zweiten Sitz bekommen, auf welche Kosten, auf Kosten von wem? Also ich glaube, es ist schweizerisch, wenn man die Beute verteilt, wenn sie an Land ist. Und im Moment sind noch viele Fragen offen. Es sind noch überall, vor allem Ständeratswahlkämpfe, hängig. Und abgerechnet wird dann, wenn die letzten, vor allem in Zürich, entschieden sind. Und dann muss man als Zweites den Chef der Frau Wittmer-Schlumpf selber abwarten. Wenn Frau Wittmer-Schlumpf sich entscheidet, sie will noch einmal antreten, wird sie von uns die Stimme bekommen. Denn wir haben sie zweimal gewählt. Und wir haben im Prinzip klar, dass in einem Bundesrat seinen Job gut gemacht hat. Wenn wir mit dieser Politik einigermassen uns einverstanden erklären können, dann wird man die Person wieder wählen. Also Sie sind natürlich nicht der Meinung, dass Sie jetzt zu Eveline Wittmer-Schlumpf gehen und ihrer Nähe legen, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, zum zurücktreten auf der Basis des Wahlresultats. Ja, ich nehme an, es gibt viele andere, die sich diese Aufgabe selber gegeben haben. Ich nehme auch an, dass Frau Wittmer-Schlumpf sehr gewifte und gute, sie ist eine gute Bundesrätin, gute Politikerin ist, und sie ist auch Finanzministerin, also kann sie auch rechnen. Und dementsprechend warten wir jetzt mal auf ihre Entscheide. Herr Blocher, zu Lasten von wem sollte der zweite SVP-Sitz gehen, wenn es eine gibt. Auf welche Regeln das gilt? Seit 1959 haben wir die ungeschriebene Regeln. Es sollten die Mehrheit der Parlamentskammer, und zwar die überwiegende Mehrheit, im Bundesrat vertreten sein, die drei grossen Parteien mit zwei und die kleinsten mit einer, also die vier grössten. Gut, Regeln kann man auch anpassen. Ja, gut. Die Regeln gilt und hat Gulte, und sie ist vor allem den Sozialdemokraten zu gut gekommen, weil die Bürgerlichen, da waren eben auch die Bürgerlichen bürgerlich, auch die SVP, die hat grosszügig den Sozialdemokraten immer zwei Sitz eingeräumt, obwohl sie mit dem Gedankengut der Sozialdemokraten nicht einig sind. Bei der Konkurrenz auch. Wir haben immer SP-Kandidaten gewählt, weil sie zu den grossen gehört hat. Sie ist jetzt die zweitgrösste Partei. Wir haben nie andere gewählt, manchmal einen anderen Kandidaten, aber immer einen SP. Immer einen SP-Kandidaten. Und ich habe zu meinem Schrecken, oder zu meinem Schrecken, zu meiner Verwunderung gehört, dass der Präsident, und er hat sich jetzt ein Stückchen rausgeschwärzt, dass er nicht mehr Stellung nehmen muss, am Sonntagabend gesagt hat, Mehrheit bestimmt. Also der SP-Präsident, Christian Löhrer. Wir. Er sagt, wir haben die Mehrheit. Anscheinend, die CVP lässt sich gefallen, dass sie von den Sozialdemokraten unter die Flügel genommen wird. Eine Linkspartei ist. Das ist das Ende der Konkurrenz. Dann gelten andere Spielregeln. Aber wir haben bis jetzt streng an Konkurrenz festgehalten, auch als Sozialdemokraten in den letzten zwei Wahlgängen sagten, ihr könnt schon zwei aufkosten von den Freisinnigen. Ihr seid ja viel grösser. Dann haben wir gesagt, nein, die Konkurrenz muss eingehalten werden. Ich würde gerne eine Antwort hören vom Herrn Stöckli. Wenn einer die Konkurrenz nicht einhält, können sie die anderen nicht einhalten. Das ist nicht möglich. Also, die Konkurrenz ist ja eine wichtige schweizerische Eigenheit, wo man dazu beiträgt, dass alle wichtigen Kräfte in diesem Land, in dieser Regierung, drin sind. Herr Blocher, die SBP musste jahrzehntelang kämpfen, nachdem der Proporti ist eingeführt worden, bis ins Jahr 1943, bis wir im Bundesrat waren, und bis ins Jahr 1959, bis wir uns in zwei Sitzen hatten. Also, ihr könnt noch klein, wenn es das mal nicht klappt, euch an unseren Erfahrungswerten orientieren. Und das Zweite, Herr Blocher, müssen wir gewaltige Veränderungen vornehmen. Wir müssen unser Programm anpassen. Wir müssen das Jahr zur Landesverteidigung beschliessen. Wir müssen akzeptieren, dass die Bundesräte gegen unseren Willen für die SBP gewählt wurden. Das war übrigens nicht die schlechteste. Der letzte war ja der Otto Stich. Aber immer ein Spinner. Und so lange, dass ihr in eurem Programm, in eurer Statute, eine Klausel habt, nachdem ein Bundesrat, der vom Parlament gewählt wird, der aber nicht den offiziellen Kandidaten entspricht, aus der Partei ausgeschlossen wird. Das ist eine Verletzung des Instruktionsverbots. Eine solche Klausel ist für mich ein echtes Problem, eine zweite SVP-Kandidatur zu berücksichtigen. Wobei, rein arithmetisch betrachtet, ich das nicht in Frage stelle. Also zu ihrer geschichtlichen Betrachtung, Konkordanz gilt erst seit 1959. Sie müssen nicht mit dem kommen, was bis 1943 passiert ist. Bis 1943 gab es keine Konkordanz. Dort nahm man die Sozialdemokraten auf, oder nicht aufnehmen konnten bis 1943. Der Hitler hatte schon Europa praktisch ganz besetzt. Schon die Russland-Feldzeuge waren im Tue und die Sozialdemokraten waren immer noch gegen die Armee. So einen konnte man doch nicht im Bundesrat nehmen. Nein, gut. Aber ab 1959 hat man gesagt, jede grosse Zweite eine. Das muss ja nicht ein Heiligtum sein. Ich würde nur gerne wissen, sind sie noch für das oder nicht. Wenn er nämlich, und das Herr Löwre hat jetzt rausgelassen, sind sie nicht. Sie sind sie nicht mehr. Die Mehrheit befehlt, den kann jeder machen, was er will. Gut. Danke nochmal. Ich werde gerne die Analyse noch von den anderen beiden Gästen zu diesem Thema hören. Sie haben ja gesagt, mit dem hat er eigentlich die Büchse der Pandora geöffnet. Ja, das kann dann auch gegen die Sozialdemokraten sein. Wieso sollen wir nur einen haben und ihr zwei? Also Sie haben ja dann gesagt, vielleicht sogar die SP-Ler, dann am Schluss nur noch einen. Ja, das ist nicht unser Ziel. Wir sind ja für Konkurrenz. Markus Sommer, wie sehen Sie das? Ich habe zwei Sachen zu dem, was Herr Stöcklick sagte. Erstens, oder auch noch eine kurze Korrektur. Die SP hat 1935, wenn Sie mir recht, die Landesverteidigung angenommen. Das war früher nicht 1943. Aber, und das ist der wichtige Punkt, warum es in 20 Jahren sehr schlecht ging. Es war ein Riesenproblem in den 30 Jahren. Es war eben nicht eine gute Idee. Das Gleiche gilt für die CVV, die wir erst 1891 in den Bundesrat genommen haben. Wir hatten 20 Jahre einen permanenten Bürgerkrieg wegen diesem Fehler. Das heisst, die Regeln der Konkurrenz haben wir eben erlitten, dass es wichtig ist. Da können Sie nicht einfach sagen, ja, jetzt müssen Sie halt auch warten. Wenn man die Verantwortung für das Land hat, Dann können Sie nicht einfach sagen, ja, ja, wir haben uns auch gestraft, jetzt tun wir die Jännerstrafe. Wir haben doch in den letzten Jahren erlebt, dass das nicht gut ist, dass das für das Land nicht gut ist, wenn die massgebenden Kräfte in diesem Land nicht vertreten sind im Bundesrat. Da geht es nicht um das, dass Sie jetzt einfach sich rächen können für das, was man falsch gemacht hätte in den 20 Jahren. Also, das finde ich einen falschen Gedanken. Danke vielmals, wird Rudi Noser noch gehören. Vielleicht auch zu dem Instruktionsverbot, den Sie erwähnt haben. Also muss dann der Kandidat, oder die Kandidatin der SVP auch noch gewisse Kriterien füllen, oder nicht? Also, das Parlament ist ja dann frei, zu wählen von der SVP, wer sie dann wirklich findet. Sie werden ja vermutlich zwei oder drei Kandidaten vorschlagen und vielleicht wählt man einen von diesen drei oder vielleicht findet man einen anderen. Das wird man ja dann sehen, lässt man das offen. Die SVP wird dann auch entscheiden, wie sie mit dem umgeht. Aber das ist ja nicht die Frage. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt streiten, wenn wir es ankasten, wer kommt da etwas. Es geht darum, wenn wir die Blockade, die wir in den letzten Jahren hatten, weiterziehen in die Zukunft. Oder wenn wir sagen, nein, jetzt hatten wir mehrere Volksabstimmungen, mehrere Wahlen. Man hat gesehen, wie es herauskommt. Sind wir endlich bereit, in der Politik die Blockierung zu machen? Und die Blockierung verlangt, dass man alle Kräfte einbindet. Die SVP ist die grösste Partie im Parlament wie im Volksmehrin und hat damit eigentlich einen legitimen Anspruch auf zwei Bundesratssätze. Nur eine Präzisierung, wenn ich darf. Was heisst Blockade? An was sieht man, dass das Land blockiert ist, Ihrer Meinung nach? Also ich meine, korrekterweise muss man sagen, jetzt gibt es in vielen Orten 30% Stimmen Anteil der SVP, zum Teil sogar bedeutend höhere. Das heisst, es gibt anscheinend gewisse Themen und wir müssen in Bern bereit sein, die zusammen miteinander zu lösen. Wir müssen ernst nehmen. Wir sprechen nachher auch noch von inhaltlichen Sachen. Und wir brauchen einen Bundesrat, der bereit ist, diese Probleme zu lösen und ernst nehmen. Ich meine, der, der am meisten Freude hat, wenn kein zweiter Bundesrat ist, ist eigentlich der Blocker, weil dann ist der Fall in vier Jahren schon gesichert. Es geht ja um den Anschlussend. Das Volk möchte, dass die Kräfte einbietet in den Bundesrat. Und das hat nichts mit der Arbeit der Frau Wittmannschlumpf. Ich persönlich bei der Asi hat einen guten Job gemacht. Er hat überhaupt nichts mit den Personen. Es geht um das Land und Konkordanz. Es geht darum, wir haben einen Bundesrat, der im Parlament verankert ist und eine Führungsverantwortung übernehmen kann. Und ich will einen funktionierenden Bundesrat, der eine Führungsverantwortung übernehmen kann. Und das funktioniert nur, wenn der Bundesrat im Parlament abgestützt ist. Danke vielmals. Ich will den Argument noch ein bisschen verstärken, gerade wenn wir noch ein ganz kurz historisch. Das war genau das Gleiche. Die Themen, was sind die wichtigsten Themen, die es in diesem Land polarisieren gibt? Das ist die Europafrage und die Migrationsfrage. Und die SVP ist dort fast mehrheitsfähig und von Fall zu Fall sehr mehrheitsfähig. Es kann nicht sein, dass in so einer wichtigen Frage eine solche Partei nachher untervertretend ist in der Regierung. Und dasselbe hat ja gestimmt bei den SPP in den 20er Jahren. Dort ging es um die soziale Frage. Und es war doch ein Riesenfehler in den 20er und 30er Jahren, dass wir die wichtigste Partei, die die Arbeiter mit ihren damals legitimen Ansprüchen vertreten wollten, dass wir die herausgebrückt haben. Es gibt immer die gleichen Spannungen und es gehört auch zu der Schweizer Geschichte, dass wir das immer wieder lernen müssen. Aber jetzt haben wir es also wirklich genug lang gelernt. Ich bin sehr froh, dass Herr Nosenau noch erklären konnte, was er unter Blockade versteht. Also wenn ich richtig interpretiere, ist Blockade, dass die SVP gegen 30 Prozent einen Wähleranteil gemacht hat. Ich habe ganz einen anderen Eindruck. Ich habe die Überzeugung, dass der Bundesrat und das Parlament sehr gut gearbeitet haben und dass die überraschenden Ergebnisse jetzt für die Mehrheit im Parlament überraschendere Ergebnisse waren die Initiativen. Aber die Initiativen, die wäre auch vom Volk hergenommen worden, wenn der Bundesrat mehr von SVP vorhanden wäre. Das ist aber jetzt ein riesiges Problem, Herr Somm. Sie sagen, Europa-Frage, Asyl-Frage, dort brauchen wir eine zusätzliche Integration der SVP in die Bundesrat. Das Problem ist nur, dass sich alle Parteien außerhalb der SVP in dieser Frage unterscheiden von der Haltung der Haltung der SVP. Und dementsprechend durch eine Bundesrat mehr nennen wir es nicht, wie es mit der AHF war. Die Bürger haben keine AHF wäre. Gut, aber ich möchte eigentlich nicht zurückschauen, sondern machen wir es doch fest an den, was sind eigentlich die Kernfragen, die man allenfalls herziehen kann für eine Blockade vom Land. Ihre Seite sagt ja immer, es sind die Dinge, die nicht umgesetzt werden. Aktuelles und wichtigstes Beispiel wahrscheinlich die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, Herr Blocher. Ja. Einfach, was Herr Stöckl jetzt sagt. In dieser Frage an Europa ist die SVP allein. Es stimmt. Leider. Aber es ist doch kein Grund, die Konkurrenz nicht einhalten. Im Gegenteil. Man hat sich hier in die Regierung genommen und gesagt, es ist falsch, wenn man die, die noch nicht einverstanden sind, mit ihnen. Wir wählen ja nicht einen Sozialdemokrat, weil wir einverstanden sind, sondern trotz einer anderen Meinung Jetzt mit diesen Blockaden. Ich bringe ein Beispiel, wo wir einmal zwei Bundesräte im Bundesrat gab. Das gab es einmal. Von 2003 bis 2007. Man hat doch viele Entscheide, wo es nicht zur Blockade kam. Ja. Weil wir im Bundesrat waren und eine Lösung gefunden haben, die wir eingebracht haben und durchgesetzt haben. Und wenn wir nicht drin gewesen wären, hätte es eine Blockade oder eine Fehlsituation gegeben. Es gibt Beispiele, ich kann ja von diesen Beispielen reden, soweit ich das Amtsgeheimnis nicht verletze. In der Europa-Frage hatten wir hier im Bundesrat mehrere Sitzungen gehabt, weil der Bundesrat sagte, die Option ist der EU-Beitritt. Und wir konnten mit zwei Stimmen eintragen und dann noch eine dritte bekommen. Nein. Das ist keine Option. Aber man hat sich dann geeinigt in einen Kompromiss, wo ich auch nicht ganz zufrieden war, man schliesst keinen Vertrag ab, die die Handlungsfreiheit der Schweiz unterbindet. Und das Parlament hat das genehmigt. Es gab keine Gegenopposition der SVP. Ich habe ja in einer Partei gesagt, los, jetzt müssen wir mit dem einverstanden sein. Da ist die Hauptposition hier. So tut man doch handeln, auch wenn Sie es ausschliessen bei den Masseneinwanderungs- Initiativen, wo wir die Mehrheit haben, im Volk. Die einzige Partei, die man nicht an den Tisch genommen hat, um zu diskutieren, wie setzt man das ab, ist die SVP. Es ist jetzt die Umsetzung. Diese Blockade hat man noch gefördert. Uedinoso. Also, ich denke auch, dass wenn man jetzt die Wahlen wirklich anschaut, dann müssen wir doch zum Schluss kommen, also das Verhältnis Schweiz und Europa nicht mit 50-50% Mehrheiten führen. Wir müssen irgendeine Lösung finden, die in den 70-30% gibt. Und wir müssen aufhören, mit so knapp. Und das gibt auch einen Grund, wenn wir die Rechtssicherheit haben, im Umgang mit Europa. Und mit Rechtssicherheit bekommst du nicht über, wenn jedem Referendum in der Gefahr besteht, dass eine Blockade nicht bekommst. Das heisst, es braucht eine trägende Mehrheit. Wenn man diese trägende Mehrheit findet, ist unsere Verantwortung im Parlament. Und da müssen alle Kräfte einbunden sein. Ganz konkret gefragt, Herr Nostert. Das heisst, Masseneinwanderungs- Initiativen umsetzen, und zwar konsequent. Was heisst denn das? Dann bringen wir das gleich auf den Punkt. Die SVP hat jetzt, meiner Ansicht, nach die Wahlen gewonnen. Das darf man so sagen. Und es ist jetzt an der SVP auch die Verantwortung, einen konkreten Gesetzesvorschloss einzubringen, wie die Umsetzung aussehen soll. Ganz konkret. Ich möchte das mal kennen. Ich habe von euch ein Positionspapier gesehen. Das lässt sehr viele Fragen offen. Es ist ein Anfang. Dann setz doch das jetzt mal in einem Paragrafenpapier umsetzen, so dass man überhaupt mal sieht, was die SVP von einer Umsetzung meint. Weil das ist eigentlich nicht bekannt. Der Bundesrat kommt vielleicht mit irgendeiner, wo ich dann sicher bin, ob die SVP das gut oder schlecht findet. Finden wir heraus, was es ist. Aber ich möchte mal den Umsetzungsvorschlag der SVP sehen. Dann haben wir eine Diskussionsgrundlage. Zuerst möchte ich Ihnen sagen, was in der Verfassung steht. Nicht wir. Das ist die Mehrheit des Volkes. Zweitens, möchten Sie mal die Absurdität hören. Die schliesst man aus dem Bundesrat mit der Konkurrenz. Sie sind draussen. Nach der Abstimmung, die das Volk eine Mehrheit gibt, sagt man, mit euch reden wir nicht zu einer Lösungen arbeiten. Und nach anderthalb Jahren, die es nicht mehr weiter wissen wollen, machen die ihr eigenes Gesetz aus. Das sind doch, Herr Stöckli, möchten Sie sagen, das ist doch unschweizerisch, was hier läuft. Ich meine, wir haben eine klare Lösung, und man kann es übrigens nicht zu den Schubladen ausnehmen. Schweizer Volk hat nichts anderes beschlossen, als wir 37 Jahre geredet bis 2007. Nämlich von 1971 bis 2007 in einem Gesetz, und jetzt ist sie in der Verfassung. Aber Kontingentierung vor der Ausgabe. Wir haben die Initiative so gemacht, wenn sie gesagt haben, was hat sich bewährt. Wir haben eine Abweichung. Ich bin nicht, wollen wir mit anderen Leuten reden, mit den Parteien haben wir ja nicht können, wir sind ja ausgeschlossen. Mit der Wirtschaft haben wir intensiv geredet, mit denen kann man noch reden, haben wir gesagt, das ist sicher, die Zuwanderung muss massiv zurück, eine andere Lösung gibt es nicht. Das war sicher der Hintergrund des Volksentscheids. Und wir können es eigenständig regeln, und dann haben wir noch Detail. Wenn ihr zu anderen Detail kommen und den gleichen Effekt habt, dann bieten wir Hand für eine neue Lösung. vielleicht muss man dann nochmal in die Verfassung. Kann ja sein. Gut, ich will gerne den ersten Klick hören. Aber soweit ist das nie zu kommen. In der Wirtschaft haben wir mit den Wirtschaft vertreten. Aber wir können nicht mit jemand anderem reden. Wir sind ausgeschlossen. und jetzt kommt der Herr Nasser, das ist ja wirklich gross. Jetzt sagt ihr alle, was ihr wollt. Wir wissen, was wir wollen. Jetzt müssen wir kommen, was wir finden. Also die Wirtschaft arbeitet jetzt ein bisschen an dem. Das ist ja so eine Wortschutzklausel. Das ist ja noch nichts. Ich habe gesagt, ihr könnt sagen, was ihr meint. Wir haben ja alle Alternativen geprüft. Und das Volk hat entschieden. Wenn wir keine andere finden, muss die gemacht werden und durchgesetzt werden. Herr Blocher, der Punkt ist klar. Für den Moment. Ich werde gerne hören, was dieser Stöckli sagt zu dem. Ich habe noch eine Frage gesagt, Herr Blocher. Mit dem Risiko, dass er dann noch mal ein bisschen länger redet, dieser Stöckli. Aber bitte selbstverständlich. Es ist immer spannend, um zuzuhören. Wir kommen zum Reden da, nicht zum Rachen. Aber sicher. Nur die Zielei, Herr Blocher. Ja, ja. Mich würde interessieren zwei Sachen. Die zeinten ist, betreffend der Masseninwanderung. Die sagt ja, in diesem Initiativtext, wo leider das Parlament nicht ändern kann. Das hat das Initiativkomitee vorgesehen. Auch darin, dass der Schweizer bevorzugt werden soll. Schweizer bevorzugt. Und dann wollte ich fragen, ob man das wirklich ernst ist. Also, ob man nicht gescheiden würde, dort die Verfassung anders zu gestalten, die vom Inländer Vorrang würde reden. Und zwar, ich habe mir das dort überlegt, wenn man sich vorstellt, wenn man das, ich sage, konsequent umsetzen müsste, würde das bedeuten, dass alle die 24% Ausländer, die jetzt schon in der Schweiz sind, gar nicht als erstes einen Job bekämen, bevor das ein Ausländer aus dem Ausland in das Schweizer Kern. Das ist ein Unsinn. Ich habe noch eine zweite Frage. In diesem Zusammenhang. Warum habt ihr in diesem Initiativtext auch die Flüchtlinge einbezogen? Oder, gleichzeitig dürfen die Flüchtlinge nicht arbeiten. Das heisst, mit diesem Initiativtext tut ihr eine vernünftige Umsetzung, wenn man den Text nicht anpasst, für unmöglich. Darum, bevor ihr antwortet, hätte ich gerne die Antworten von euch auf die beiden Fragen. Das steht dort. Die Lösung Form 207, das ist etwas Neues. Völlig Neues. Das ist Neues. Das hat nichts mit dem Form 207 zu tun. Herr Stenner, auch die Stöckchen. Ich staune, und zwar zu bebeten, dass Sie die Vorladung kennen. Vor der Volksabstimmung, der Begriff Schweizer, Sie wissen, in der Bundesverfassung hat der Begriff Schweizer verschiedene Bedeutungen. Jeder Schweizer ist vor dem Gesetz gleich und so weiter ist eine andere Bedeutung als dort, wo es aus Bürgerrecht und um Stimmrecht geht. Den Inländer konnten wir nicht nehmen, weil es kein verfassungsmässiger Begriff ist, sondern es ist ein Gesetzesbegriff aus der Gesetzgebung. Darum hat man das genommen. Der Bundesrat hat so ausgeführt, was mit Schweizer gemeint ist. Niemand hat bei der Abstimmung gemeint, es müsse einer Schweizer Bürgerrecht haben. Niemand. Sie können auch nachschauen. Da sind wir einig, es geht um den Wohnsitz. Die, die in der Schweiz sind, das sind Schweizer. Sie haben das Recht in der Gesetzgebung, könnte man sagen, Inländer, aber in der Verfassung haben wir es nicht können. Das haben ja die Verfassungsrechtler gefragt. Also da wären wir mal schon auf einem wichtigen Punkt. Ja, aber den hat man schon vor der Abstimmung gesehen. Nein, nein. Das ist eigentlich klar. Ich habe nicht gehört, dass das nochmal kommt. Herr Blocher, ich habe mit den Leuten geredet, als man die Unterschriften gesammelt hat, hat man natürlich mit dem Wort Schweizer die Unterschriften an den Leuten abgelupft. Also hören Sie, ich habe den Abstimmingskampf geführt. Ich habe ihn gehört. In den Dingen. In der Abstimmung. Und das Zweite? Das ist schon mal eine gute Erkenntnis. Ja. Und der zweite Vorwurf war was? Flüchtlinge, was Flüchtlinge im Begriffen sind. Die sind drin. Ja. Flüchtlinge müssen arbeiten. Ich würde doch nicht sagen, die dürfen nicht arbeiten. Flüchtlinge sind nur diejenigen, die an Leib und Leben bedroht sind und in der Schweiz aufgenommen worden sind. Da habe ich mich eingesetzt, dass das hineinkommt. Es ist doch nicht in der Ordnung, dass wir in der Schweiz Flüchtlinge haben, die immer da bleiben. Das sind nicht die, das sind nicht Asylsuchende. Das sind nicht diejenigen, die in die Schweiz kommen, die sagen, Flüchtlinge. Flüchtlinge ist ein Begriff, übrigens auch nach der Genfer Konvention, umschrieben, an Leib und Leben bedrohten. Und das sind die, die da aufgenommen sind. Und die Mühen schaffen. Und sie tun nicht. 80 Prozent, habe ich in meinem Amt gemerkt, 80 Prozent der Flüchtlinge sind Jahre Sozialfälle. Ich habe eingeführt, Herr Ständerrath, eine Flüchtlingslehre, damit man diese Flüchtlinge in Speziallehre schickt, für einfache Prüfe ausgebildet, z.B. für Kramfahrer, für Packerfahrer, im Service. Wir haben sehr gut zusammengespannt mit den Busverbänden, muss ich sagen. Aber am Schluss hat keiner von diesen gearbeitet. Wissen Sie warum? Weil die Sozialleistungen höher waren als der Lohn. Danke vielmals. Das sind die beiden Fragen, die beantworten. Ich meine, dass man die Integration als Hauptaktivität in den Vordergrund stellen muss und dadurch aber nicht den Arbeitsmarkt belasten. Ich finde ein Teil vom Arbeitsmarkt. Die muss integriert werden im Arbeitsmarkt. Also, da sind wir schon ein wichtiger Schritt. Ja, aber da sind wir schon nach der Abstimmung besprechen. Herr Stöckli, das wäre alles schon klar gewesen, wenn die SVP zwei Leute im Bundesrat haben. Ja, wenn der Murat das auf eine Art vertreten hätte, dass die anderen hätten nicht hören müssen. Es geht auch um das. Ich bin überzeugt, die Ueli Maurer hat das so gesagt. Aber wenn man 6 zu 1 oder 5 zu 2 abstimmen kann, muss man eben nicht zuhören. Und ich verstehe die SPÖ nicht, Herr Stöckl. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, Sie sind Vertreter einer politischen Minderheit in diesem Land. Sie müssen doch alles Interesse haben, dass das aufrechterhalten bleibt, das Prinzip, dass wir sagen, in der Konkordanz den mehr freiwillig, die Stärkeren den Freiwilligen den Schwächeren etwas einräumen. Das machen wir nicht, weil wir liebe Menschen sind, sondern weil wir wissen, dass jede grosse Kraft ein Referendum ergreifen kann und über die direkte Demokratie wirken. Bei den AHV zum Beispiel. Wenn die Bürgerlichen würden sich zusammensitzen und einfach sagen, wir sagen, wir machen Rentenalter 88, das können wir ja auch machen, wir haben ja die Mehrheit, das ist gar kein Problem. Warum machen sie das nicht? Weil sie genau wissen, obwohl sie nur 18% hat, kann in einer Volksabstimmung etwas machen. Es ist so ein altes Prinzip in der Schweiz, dass wir versuchen, alle Minderheiten einzubauen, die irgendwo ein gewisses Gewicht haben. Und ausgerechnet die SP, ausgerechnet die SP, die so lange unter dem leiden musste, kommt jetzt mit der Arroganz vom Patron. Ich muss es Ihnen sagen, Sie kommen mir einmal vor, wie die alten Unternehmer der Basler Chemie, die in den 20 Jahren gesagt haben, die Gewerkschaften brauchen wir nicht, wollen wir überhaupt nicht und die SP sollte man am besten verbieten. So kommen sie mir langsam vor, ich verstehe es überhaupt nicht. Ja, das ist eine sehr poetierte Äusserung, die natürlich überhaupt nicht zutrifft. Ich habe versucht zu erklären, dass die Konkordanz absolut gelebt werden muss. aber dass es neben der arithmetischen auch eine inhaltliche gibt. Aber dafür, das ist ein Kuchen. Herr Somm, ich habe am Anfang erklärt, welche Arbeit ihr SP hat geleistet werden, dass wir es geschafft haben, hier im 59 zu ersetzen zu bekommen. Könnt ihr euch vorstellen, und da bin ich sehr dankbar, dass die freisinnige Partei die Überlegung auch schon in die Diskussion gebracht hat, dass man sich Gedanken macht, welche Person in den Bundesrat gewählt werden soll. Jemand, der die bilateralen Verträge unterstützt, oder jemand, der die Menschenrechtskonvention nicht kennen will. Und das sind inhaltliche Diskussionen, die natürlich geführt werden müssen. Und im Rahmen der Diskussion und Personen können entscheidend auch diskutiert werden. ganz kurze Replik. Jetzt würde ich gerne eine Frage stellen, weil wir jetzt immer haben einen guten Punkt. Herr Stöckli, im Programm der SP steht immer noch die Überwindung vom Kapitalismus. Das ist nicht freibare mit unserer Bundesverfassung. Da macht Ihnen auch niemand einen Strick draus. Das ist doch absurd, wenn wir anfangen, über inhaltliche Differenzen zu sprechen. Danke vielmals. Ein Schritt weiter, weil der Punkt ist eigentlich gut. Es gibt ja nicht nur die zwei Seiten, Bürgerliches Lager und Sozialdemokraten, sondern wir haben vor allem einen tiefen Graben auch im bürgerlichen Block, gerade wenn es um diese Fragen geht. Umsetzung der Massen-Einwanderungs- Initiativen, Annäherung an Europa, Rudi Noser. Was heisst denn das für die Zusammensetzung des Bundesrats? Aus Sicht der FDP? Also ich bin einfach sehr, sehr vorsichtig mit inhaltlichen Forderungen stellen. Ich muss korrekterweise sagen, wir wollen ja sieben Bundesräte und davon sind zwei von meiner Partie und fünf sind von einer anderen Partie und ich kann nicht diesen fünf inhaltliche Forderungen gegenüber stellen, sonst müsste man sie dann auch bei den SP-Bundesräten inhaltliche Forderungen stellen und das gäbe es je Kamin, wo ich glaube, keiner kann wirklich verlangen. Also das wird ein Heikel. Was mich im Parlament verlangen ist, dass eine Partie eine Auswahl stellen muss. Also man kann nicht sagen, wir müssen die Wahl und sonst läuft man auf uns. Man kann es vielleicht zwei, drei machen. Das sind anscheinend dran, habe ich jetzt gehört. Das finde ich einmal positiv. Ich glaube auch nicht, dass man a priori sagen kann, er muss bei dieser Sache gleicher Meinung sein wie ich. Das ist eine ganz heikle Geschichte. Weil wenn wir dafür sind, das Problem der Einwanderung zu lösen, jetzt sage ich mal im bürgerlichen linken Lager, dann bin ich noch lange nicht für die flankierenden Massnahmen, so wie sie mir das beformuliert. Oder du kannst dann ganz viele Konditionen stellen, die kommen. Da kommen wir wirklich in die Teufelsküche. Ich glaube, im Parlament muss man sagen, wir wollen einen funktionierenden Bundesrat, wo die Probleme von diesem Land angehen kann. Die Partien haben ihre Stärke und sie haben ihre Stärke, weil sie Probleme adressieren. Also ist das der Kompromiss und das hat zur Konkordanz gehört, ist das der Kompromiss für den Bundesrat zusammensetzen. Alles andere führt zum Ausschluss von gewissen Bevölkerungsteilen. die sagen, wir müssen die Massen- und Einwanderungsinitiativen knallhart umsetzen, wir müssen den Rahmenvertrag, der jetzt ausgehandelt werden soll, den wollen wir nicht. Wir wollen Souveränität, Unabhängigkeit, wie es heisst vor der SVP. Das spielt keine Rolle, das muss knallhart so vertreten. Ich habe ja vorhin Herrn Blocher sehr gut zugehört, und es war gut, wenn er jetzt erklärt, wie man die Masseneinwanderung umsetzen muss. Wenn er es jetzt formuliert heisst, dass wenn einer ein Kontingent hat und mit seiner Familie kommt, ist es nachher ein Inländer, dann dürfte auch seine Frau arbeiten und so weiter. Das wäre ein Mechanismus, das funktioniert. Man muss allerdings sagen, und die Antwort hat uns der SVP nicht gesehen, aber mit dem ist die Einwanderung nicht gesenkt. Weil jetzt muss man noch eine Zahl festlegen, und durch die hat man sich gedruckt bis jetzt. Das muss dann auch noch kommen, das wäre gerne der Vorschlag, aber ich würde gerne von der SVP kennen. Die Zahl muss man irgendwann festlegen, wo die Kontingent grösse ist. Die Zahl, die von Adrian Amstutz die 40'000. Ja, und dann müssen wir korrekt sein. Das ist nicht relevant. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist eine Zahl, die genannt wurde, das sagen wir nicht der Absender, oder? Aber wenn man diese Zahl nimmt, mit den jetzigen Asylanträgen, würde es heissen, es ist null im 2016. Absolut null. Man kann keine zusätzliche Leute haben, oder? Und das wird nicht funktionieren. Und dann habe ich gesagt, ich will den Vorschlag komplett sehen. Weil, was Sie bis jetzt gesagt haben, das ist für mich bloß mein Funktionär, aber jetzt muss die Zahl noch festlegen. Also, kläre es auf, Herr Blochner. Ich würde das nicht in Ihrem Freund machen können. Sieh, was ich mal sage, Herr Stöckli. Merken Sie, Sie sitzen auf dem Stuhl jetzt ein Jahr und acht Monate nach der Volksabstimmung, wo das Schweizer Volk zugestimmt hat dieser Masseneinwanderungsinitiative. Sie reden wahrscheinlich das erste Mal mit mir und jemandem Passgeber aus der SVP. Sie tüten so, wie wenn Sie das erste Mal würden erfahren, was gemeint ist in diesem Text mit Schweizer und warum Flüchtling und was sind die Flüchtlinge überhaupt da drin ist. Das hätten wir doch schon klären können am Tag nach der Volksabstimmung oder am Tag vorher oder am Tag vorher. Das wäre ja noch besser. Also, der Gewerkschaftsbundsekretär, äh, Präsident, der ja auch Ständerrat ist, Herr Reichsteiner. Da habe ich öffentliche Diskussionen. Da ist die Frage gekommen, was ist ein Schweizer? Warum sind Flüchtlinge drin? Das habe ich vor ein paar hundert Leuten erklärt. Und, äh, er hat es leider auch nicht gewusst, weil er die Botschaft auch nicht gelesen hatte. Und das ist doch der Sinn. Hören Sie, Sie müssen uns nicht, wir haben keinen Anspruch auf zwei Sitz im Bundesrat. Aber mit der Konkordanz, wenn sie gilt, müssen wir ja bereit sein, das zu machen. und wenn er nicht will, sind wir ausser dran, aber das führt zu Situationen, wie wir es jetzt erlebt haben. Jetzt, nachgeschwind umschreiben. darf ich noch einen Bezug zu dem, was Herr Nosy gesagt hat. Er wird gerne wissen, oder er unterstellt Ihnen quasi gerade von der Annahme aus, dass wenn es so umgesetzt wird, wie wir jetzt hier gehört haben, skizziert worden ist, dass es eben die Einwanderung gar nicht mal die Hand tut. Entschuldigung, wir haben genau das System von 1970 bis 2007 in der Verfassung, dass Flüchtlinge, aber die echten Flüchtlinge natürlich, die da sind, wie die anderen Schweizer, die da drin sind, dass die einbezogen werden müssen, auch ein Arbeitsprozess, das ist jetzt in der Verfassung, das ist im Freundarbeitergesetz kurz mal nicht drin gewesen. Aber die sind von den Inländern, nicht nur von den Schweizer, weil vorher hätte ich wieder versprochen. Ein Inländer ist kein juristischer Ausdruck. Es ist schon juristisch, aber kein Verfassungsmess. Genau. Mit Schweizer, da ist der Inländer ... Herr Blocher, als Service für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Herr Nosy hat mir in den Ohr geflüstert, ich komme auf die Frage, keine Antwort. Übergeben Sie uns doch eine Antwort. Wird diese Zuwanderung gesenkt, oder nicht? In diesen 37 Jahren haben wir mit diesem System bei starkem Wirtschaftswachstum, aber bei den Rezessionen, haben wir im Durchschnitt 21'000 Zuwanderung gehabt. Und jetzt haben wir 100'000. Und wir haben, ich war ja Unternehmer, Exportunternehmer, weil es nicht viel gab im Parlament. Wir haben immer die Leute bekommen, die wir gebraucht haben, aber die, die wir nicht gebraucht haben, haben wir nicht bekommen. Und darum dürfen Sie keine Zahlen nennen. Wir hatten Jahre, da hatten wir vielleicht 50'000, wir hatten Jahre, da hatten wir 10'000, wir hatten sogar Jahre mit 150'000 minus, weil sie nach Hause gegangen sind. Und das System haben wir gebraucht, und das haben alle, auch die Industrielle, bis 2007, wollen an dem festhalten. Der Direktor des Vororts, Herr Winterberger, hat gesagt, Machen ja keine Personenfreizügigkeit. Das ist das Gift. Können Sie nachlesen. Und jetzt, wenn Sie eine bessere Lösung geben, als Sie. Aber Herr Noser, die Erfahrung sagt mir, Sie können keine Wertität tun, weil das hängt ja davon ab, was man braucht, was man nicht braucht. Aber Erfahrung, 37 Jahre, bis starker Konjunktur, die Löhne sind stark gestiegen, viel stärker gestiegen als jetzt mit der Personenfreizügigkeit. Die Arbeitslosigkeit, 3,5 Prozent, hatten wir nur in Rezessionszeiten. In so guten Jahren hatten wir unter 1 Prozent. Und diese Erfahrung haben wir jetzt hier im Verfassungstext. Also, das ist eine Antwort. Keine Sache nennen. Ja, kein. Aber jetzt möchte ich Herrn Stöckli noch kurz, und ich möchte versuchen, nachher noch einen Schritt weiterzukommen in diese Diskussion. Ganz kurz. Wir wissen alle, die Bevölkerung hat das so mit dem grossen Mehr gut geheißen im Jahr 2000, dass Personenfreizügigkeit die Lösung mit dem Kontingent über alles nicht in diesem einfachen 1-zu-1-Schlüssel zulässt. Wir müssen mit der Europäischen Union eine Lösung finden, wo gewisse oberste Grenzen festlegen, aber gleichzeitig im Grundsatz Personenfreizügigkeit vorgesehen. Herr Blocher, bei den Drittstaaten haben wir ja das System schon lange. Und bei den Drittstaaten hatten wir auch eine grosse Zunahme. Darum frage ich mich, wie Sie auf die Überzeugung kommen, dass mit dem Wiedereinführen von einem unglaublichen bürokratielastigen Mechanismus die Lösung von Steuerung besser sein soll als jetzt. Das ist eine Lösung, die ich befürchte, dass sie sich nicht als erfolgreich zeigen wird. Wie mit der Drittstaatenregelung jetzt der Beweis gebracht wird. Und ich gehe davon aus, dass die heutige Arbeitslosungsstatistik belegt, dass man nicht zu viele Leute in der Schweiz über die Personenfreizügigkeit reinkommen hat, weil ja die Beschäftigung hoch ist. Danke. Meine Herren, eine hochspannende Diskussion. Wir haben nur noch 11 Minuten in der Sendung. Einen Satz musst du mir zuhören. Gut. Nachher darfst du versuchen erweitert. Wir haben in den letzten 10-15 Jahren seit 2000 etwa 800'000 Stellen gearbeitet, bei gleichzeitigem Rückgang der Schweizer Bevölkerung. Das heisst, effektiv sind mehr Leute aus dem Arbeitsprozess herausgegangen, als man hätte. Das heisst, man braucht etwa 1 Million zusätzliche Leute. Das ist genau das, was gekommen ist. Das heisst, er möchte noch zusätzlich die Arbeitsplätze kontingentieren, nicht nur die Kontingentierung der Einwanderung. Die Wirtschaft hat die Arbeitsplätze abgenommen. Sie haben 800'000 neue Arbeitsplätze gearbeitet. Was ist mit den Zahlen die Sie nennen? Ich sage einfach, die Wirtschaft hat die Arbeitsplätze gearbeitet, entweder im öffentlichen Bereich oder privat. Aber schon im öffentlichen Bereich sind sie bestellt worden. Sie sind bestellt worden. Sie haben nicht bezahlt, indem die Verwaltung sich einfach grössert macht. 62% sind im öffentlichen Bereich. Und dann haben wir ja sofort in Bern weniger Bestellen. Ich weiss, die SVP gibt Bestellungen ab, die SB gibt Bestellungen ab. Es kommen immer Bestellungen, was man will. Und dann gibt es auch Bestellungen, also zum Beispiel mehr Grenzwache, mehr Säuzeuge, mehr Säuzeuge. Es gibt immer Forderungen. Ja, mehr Bürokraten. Wer sind hier? Ja, dann fahren wir die Bestellungen zurück. Dann fahren wir die Bestellungen zurück. Es gibt unglaublich viele neue Stellen alleine für das Durchsetzer. Nein, die beim Staat sind ja überflüssig. Ja. Sie sind dann überflüssig da. Aber dann macht die Kontingentierung. Herr Blocher, ich habe das mit der LEP neu in meiner alten Funktion, was es hat bedeutet mit der Kontingentierung. Ich auch. Das ist sehr aufwändig. Aber jetzt führen wir noch einmal einen Abstimmenskampf für die Initiative, die angenommen ist. Hättet ihr das auch bringen können. Haben sie auch gebracht. Das Schweizervolk frisst nicht mehr 100'000 Zuwanderungen pro Jahr. Fertig. Das können wir nicht verkraften. Aber das ist entschieden. Wir müssen nicht immer wieder vorne anfangen. Danke vielmals. Jetzt haben wir nur neun Minuten. Aber die Frage, die steht im Raum, gibt es mehr Bürokratie? Aber lassen Sie uns ein anderes Mal diskutieren. Eigentlich wollen wir in dieser Sendung noch ein bisschen grundsätzlich sprechen. Wir haben einen Sieg von der bürgerlichen Seite. Was bedeutet das? Jetzt muss ich eine Auswahlsendung machen. Sie möchten mir helfen, Herr Somm. Wo entscheidet sich jetzt noch der Kurswechsel? Ist das in der Europafrag? Ist es beim Rentenalter, wo rein sachlich gesehen eigentlich müsste erhöht werden, ist es beim Atomausstieg bei der Energiewende? Was befasst uns auf der nächsten Zeit? ich bin auch nicht ein Prophet. Energiewende, das ist offensichtlich. Sozialpolitik ist hoffentlich auch offensichtlich. Dort hat man ja gesehen, dass der sogenannte Linksrutsch im Parlament am stärksten war, ohne dass wir das gemerkt haben. Michael Herrmann in einer Untersuchung in der Zürich-Zeit gut zeigt, wie das Parlament in den letzten vier Jahren eben nicht nur in der Energiepolitik nach links gegangen ist, sondern sogar in der Sozialpolitik, die wir nicht gemerkt haben. Da gibt es sicher Korrekturen. Ich glaube auch, dass es wahnsinnig wichtig ist überhaupt für das bürgerliche Lager, dass sie eine sichere Mehrheit haben, damit sie die Europafrag in den Griff bekommen. Weil ich, ich muss es ehrlich sagen, Herr Stürkis, es tut mir leid, aber mit der SP sollte man nicht mehr zusammenarbeiten in der Europafrag. Das ist auch das grösste Problem. Weil die SP in dieser Frage immer so sagt... Und das ist Konkordant, Herr Sonn. Das ist Konkordant, Herr Sonn. Sie sind ja gegen Konkordant. Sie wollen es ja gar nicht sein. Sie haben vorher immer gesagt, warum die SVP nicht in den Bundesrat kommen muss. Jetzt können wir noch mal reden. Ja, nein. Alles, was sie gesagt haben, hat ja gezeigt, hat ja gezeigt, dass sie nicht für Konkordant sind. Herr Löwrahr hat es offiziell gesagt. Aber ich glaube, ich muss jetzt Frau Wittmer-Schlumpf fallen und wenn Frau Wittmer-Schlumpf verzichtet, dann ist das klar. Wie machen Sie jetzt das Wohl vom Land, abhängig vom Entscheiden von einer Person? Aber darf ich nur dazu sagen, ich wäre ein bisschen sagen, das bürgerliche Lager hat gut. Die FDP und die SVP sind zwei verschiedene Parteien. Die haben ja nicht miteinander einen Wahlkampf geführt mit der gleichen Thematik. Wir haben Gemeinsamkeiten, das kommt schon, weil wir ja die gleiche Partei waren, 1848 bei der Gründung vom Bundesstaat und nachher haben wir uns getrennt. Der Wahlkampf ist auch in der EU-Frage eine wesentliche und da kann man auch nicht nur sagen, es ist die SB. Also ich war in der Bundesverwaltung. Da sind dann 90% massiv, auch im VBS. Alle, man muss in die EU und Mehrheit vom Bundesrat. Das sind aber auch viele Sozialdemokraten. Das ist richtig. Aber die Freien geben wir dort auch die ganz grosse Auseinandersetzung. Weil der grosse Vertrag, der kommt, ist der mit der institutionellen Bindung. Das ist ein EU-Beitrittsvertrag. Wenn wir den Genehmigungen rutschen wir in die EU rein. Also das ist das sogenannte Rahmenabkommen. Da sind wir bis jetzt in der Mandatsgebung allein. Die FDP hat das Mandat auch erteilt und die sind noch in einer besonderen, schwierigen Lage, weil ihr eigener Bundesrat die treibende Kraft ist. Das haben wir beim Herrn Rogi erlebt, beim EWR. Die Kraft, die das braucht, dann als Partei gegen den eigenen Bundesrat angetreten. Das weiss ich noch nicht, ob die Freien sind. Ich sage nur, ich wehre mich jetzt zu tun. Ja, aber das ist genau der Punkt, über die Leute die gerne diskutieren. Das ist halt nicht so. Da ist eigentlich ein zentraler Graben, Herr Noser. Also ich denke, wenn wir jetzt Probleme so lösen, dass wir die bilateralen Verträge behalten können, dann haben wir mehr Freiraum bei der institutionellen Frage. Wenn wir die Fragen nicht so lösen, dass wir die bilateralen Verträge verlieren, dann kann es sein, dass man mit dem Rücken zur Wand steht und relativ schnell ein Blödsinn beschliessen muss. Also erstens muss man klar und deutlich sagen, wir müssen die bilateralen Verträge sichern und das bedingt in Gottes Namen erblochen, dass wir die Masseneinwanderer auf irgendeiner Kreuzart so umsetzen, dass die bilateralen Verträge gesichert sind. Weil ohne Verträge wird man mit dem Nachbarn nicht zusammenleben können. Das ist jetzt vom anderen Vertrag. Die institutionelle Frage ist nicht so ein Problem. Ich habe schon vor zwei Jahren die Partileitung einen Brief geschickt, wo ich gesagt habe, pass auf, da hat es sehr viele Probleme drin, weil es ein asymmetrischer Vertrag ist und damit auch eine Gefahr der Innenstaaten einen Souveränitätsabbruch macht. Ich persönlich will jetzt aber einfach warten, bis Didier Burkhalter mit dieser Vorlage wirklich kommt. Aber es ist so, in dieser Vorlage wird es vermutlich ein paar Probleme haben, die staatspolitisch sehr schwierig sind. Da kann man sich aber auf den freien Sinn verlassen. Sie können gerade weiter machen. Also es geht um das sogenannte Rahmenabkommen, das umstritten ist, ob wir Souveränität verlieren, ob die EU über wichtige Elemente bestimmt, was Herr Blocher immer anführt und sagt, das sind fremde Richter, wir haben nicht mehr das Heft selber in der Hand. Das ist ja umstritten. Es wird ja noch viel früher als bei den fremden Richtern, also wenn die Verträge miteinander verhängt sind, ob jeder ein Endes Referendum greift, und wenn das Volk für Ja sagen würde, geheilt alles zusammen. So kann man keine Rechtssicherheit schaffen. Es funktioniert nicht. Aber lassen wir uns ausreden. Aus meiner Art, wenn es uns wirklich gelingt, die bilateralen Verträge sicher, dann haben wir mehr Spielraum bei den institutionellen Fragen. Ja, aber vielleicht hängen sie eng miteinander zusammen. Nein, die bilateralen Verträge haben wir heute. Die EU muss dazu stehen, es gibt keine Klauseln. Wenn sich die Bürgerlichen darauf einigen könnten, dass man sagt, kein institutionelles Abkommen, dann wäre schon ganz viel passiert, weil der Grundkonflikt, der früher zwischen der FDP und der SVP war, ist doch der. Der EWR hat genau den gleichen Automatismus vorgeschlagen. Und das ist das Gefährliche, und an dem hat man sich zerstreiten. Herr Blocher hat zu Recht gesagt, dass das Mandat vom Parlament mit der freisinnigen Stimme beschlossen wurde. Und jetzt haben wir ein paar Spielregeln, jetzt legt der Bundesrat uns an seiner Botschaft auf den Tisch und dann ist das Parlament wieder dran. Und dann muss das Parlament sagen, wir haben den Vertrag der Schweiz und USA mit den Banken abgelehnt, aus staatspolitischer Raison, egal ob es für die Wirtschaft gut oder schlecht war. Wir haben gesagt, es geht staatspolitisch nicht. Sie auch. Eben ja, also mehrere haben abgelehnt, oder? Und wir werden genau auch diese Fragen so prüfen. Und wir werden sie kritisch prüfen. Aber ich würde schnell erklären, Herr Stöckli. Aber man muss wissen, der institutionell Vertrag ist von der EU eine Bedingung für bilaterale Verträge. Für weitere, nicht für die Bestehenden. Nur für weitere. Für weitere. Und wenn Sie sagen immer, wir sind für bilaterale, wir sind ja alle für bilaterale Verträge. Nein, nicht für die weiteren. Das sagt ja gar nichts. Ja, das sagt ja nichts aus. Aber aufpassen. Aufpassen nicht. Das wäre nicht für zweiseitige Verträge. Aber bleiben wir. Aber bleiben wir. Aber ich sage, wir sind, die EU erpresst uns natürlich. Wenn die denen sagen, wenn sie das machen, was sie am Schluss sind, dann fallen die da hin. Wenn sie mal sagen, dann fallen sie. Dann hat der Erpresser sofort auf. Die EU lässt keinen Vertrag fallen. Also die Länder auf jeden Fall. Nicht. Weil die sind so in ihrem Interesse. Von Merkel hat es zu Recht gesagt, nach der Abstimmung, wo man sie gefragt hat, lassen sie diese Verträge fallen, hat sie gesagt. Wir lassen doch nicht Verträge fallen, die wir in unserem Interesse abgeschlossen haben. Aber ihr könnt ja so der EU sagen, wenn die bilaterale Verträge... Bleiben Sie doch sachlich, Herr Blocher. Das ist sachlich. Frau Merkel hat auch gesagt, und wir finden eine Lösung. Jetzt lassen wir doch den Bundesrat arbeiten und schauen, was er bringt. Aber Herr Noser, der arbeitet jetzt schon seit eineinhalb Jahren und hat nichts gemacht. Das stimmt. Das stimmt auch. Das stimmt auch. Das ist der Fahrplan. Zuerst verhandelt die EU jetzt mit England. Wenn die Verhandlungen durch sind, dann kommt die Schweiz dran, wenn sie überhaupt dran kommt. Aber bevor England quasi mit der EU mit der Schweiz gar nicht verhandeln kann, das stimmt. Danke, Herr Stöckli würde ich gerne noch hören. Darum ist die drei Jahre nicht die schleiste Lösung in dieser Initiative. Genau, klar. Ein Stück. Wir möchten 10? Nein, wir möchten eine vernünftige Zeit. Du weisst, wer unter Zeitdruck steht, die Vertragsabschlüsse macht schlechte Verträge. Das Problem ist, Herr Blocher, die Schweiz muss das Verhältnis mit Europa regeln. Und wir brauchen Verträge. Und die Bilateral 1 und Bilateral 2 waren so schlecht nicht, wie ich vorhin gesagt habe. Die waren vor allem für Europa gut. Nicht schlecht. Wir sind ja nicht dagegen. Ja, die haben sie auch nicht gekämpft. Nur eine? Personenfreizügigkeit? Wir waren zweimal im Referendum. Welcher noch? David, zum Schluss, wir haben nur noch eine Minute. Ihr Konzept, Herr Stöckli. Wir brauchen nebst diesen Bilateralverträgen auch institutionelle Fragenerklärungen. Wir haben, die Streitbeilegung muss geregelt sein. Und jetzt ist eines klar, selbstverständlich wird der Schweizerische Referendumsgedanken nicht gekämpft. Das heisst, für mich gibt es kein Vertragswerk, das uns das Recht auf ein Referendum innerstaatlich wegnehmen würde. Aber das war genau vorgesehen mit dem, was Herr Burkhalk will. Nein. Er hat schon recht. Das Referendum können wir machen, aber wir halten sich dann nicht daran, weil man so internationale Rechte vorhanden stellt. Herr Stöckli, das Leben muss ja jetzt sein. Entschuldigung, Herr Blocher, ich habe mich nicht zugelassen. Ich sage, wir brauchen ein Abkommen mit Europa. Das wird sehr schwierig werden, weil gewisse Interessenlagen ausdefiniert werden müssen. Aber wir geben unsere Systeme vom Referendum nicht auf. Aber Herr Stöckli, sagen Sie mir, wir haben 200 Verträge mit Europäern. Wir sind am Schluss der Sendung. Ein Satz bitte. Wie viele Streitbeilegungen hatten wir in den letzten paar Jahren? Noch nie eine. Wir haben gar keinen Streit. Das Problem ist herbeigeredet. Es ist herbeigeredet. In der EU gibt es Länder, in denen die bilaterale Verträge nicht richtig anwenden. Genau. Und dort haben wir überhaupt keine Streitbeilegung. Dort muss man auch in das lokale Recht rein. Das ist ein Scheinproblem. Das ist ein Scheinproblem. Danke, Herr Stöckli. Die anderen Herren, ich glaube, wir müssen noch eine Sendung anberäumen in ein paar Monaten, weil das Thema wirklich sehr wichtig und auch sehr brisant ist. Am liebsten gerade in dieser Runde. Dann gleich eine Einladung geschrieben. Danke für einmal. Heute sind wir am Schluss der Sendung. Danke für die Diskussion. Staatsfernsehen führt keine solche Diskussion. Danke vielmals, Herr Blocher. Das waren die Basler-Zeitung Standpunkte. Die nächsten Standpunkte in einer Woche. Schön, dass Sie dabei waren. Eine gute Woche. Wiedersehen miteinander. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Bundesrat. Aber mit der Konkurrenz, wenn sie gilt, müssen wir ja bereit sein, das zu machen. Und wenn er nicht will, sind wir ausser dran, aber das führt zu Situationen, wie wir es jetzt erlebt haben. Herr Block, darf ich noch einen Bezug zu dem, was Herr Nosy gesagt hat. Er unterstellt Ihnen quasi gerade von der Annahme aus, dass wenn es so umgesetzt wird, wie wir jetzt hier gehört haben, skizziert worden ist, dass es die Einwanderung gar nicht markant senkt. Entschuldigung, wir haben genau Systeme von 1970 bis 2007 in der Verfassung, dass Flüchtlinge, aber die echten Flüchtlinge natürlich, die da sind, wie die anderen Schweizer, die da sind, dass die einbezogen werden müssen, auch in den Arbeitsprozess. Das ist jetzt in der Verfassung, das ist im Freundenarbeitergesetz nicht drin gewesen. Aber die sind von den Inländern, nicht nur von den Schweizer, weil vorhin habe ich wieder versprochen. Ein Inländer ist kein juristischer Ausdruck. Das ist schon juristisch, aber kein verfassungsmess. Mit Schweizer, da ist der Inländer... Konfusion. Herr Bloch, als Service für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Herr Nosheim, ich komme schon noch zu. Sie flüstert, ich komme auf die Frage, keine Antwort. Ich übergebe sie uns doch eine Antwort. Wird die Zuwanderung gesenkt oder nicht? In diesen 37 Jahren haben wir mit diesem System bei starkem Wirtschaftswachstum, aber bei den Rezessionen, im Durchschnitt 21'000 Zuwanderung gehabt. Und jetzt haben wir 100'000. Und wir haben, ich war ja Unternehmer, Exportunternehmer, weil es nicht viel gehabt hat im Parlament. Wir haben immer die Leute bekommen, die wir gebraucht haben. Aber die, die wir nicht gebraucht haben, haben wir nicht bekommen. Und darum dürfen Sie keine Zahlen nennen. Wir hatten Jahre, da haben wir vielleicht 50'000 gehabt. Wir hatten Jahre, da haben wir 10'000 gehabt. Wir hatten sogar Jahre mit 150'000 minus, weil sie nach Hause gegangen sind. Und das System haben wir gebraucht. Und es haben alle, auch die Industriellen, bis 2007, will er an dem festhalten. Der Direktor des Vororts, Herr Winterberger, hat gesagt, machen ja keine Personenfreizügigkeit. Das ist Gift. Können Sie nachlesen. Und jetzt, wenn er eine bessere Lösung hat als die. Danke vielmals. Aber Herr Noser, die Erfahrung sagt mir, es geht an. Sie können keine Wertität tun, weil das hängt ja davon ab, was man braucht, was man nicht braucht. Aber Erfahrung, 37 Jahre, bis starker Konjunktur. Die Löhne sind stark gestiegen, sind dann viel stärker gestiegen, als jetzt mit der Personenfreizügigkeit. Die Arbeitslosigkeit, 3,5% haben wir nur in Rezessionsziten. In so guten Jahren haben wir unter 1% gehabt. Und diese Erfahrung haben wir jetzt da im Verfassungstext. Also, das ist eine Antwort. Ich kann es annehmen. Danke vielmals, Herr Locher. Aber jetzt möchte ich Herrn Stöckli noch kurz, und ich möchte versuchen, nachher noch einen Schritt weiter zu kommen. Sie sind stark gestiegen, sie sind dann viel stärker gestiegen, als jetzt mit der Personenfreizügigkeit. Die Arbeitslosigkeit, 3,5% haben wir nur in Rezessionsziten. In so guten Jahren haben wir unter 1% gehabt. Und diese Erfahrung haben wir jetzt da im Verfassungstext. Also, das ist eine Antwort. Also, das ist eine Antwort. Also, das ist eine Antwort. Danke vielmals, Herr Locher. Aber jetzt möchte ich den Herrn Stöckli noch kurz, und ich möchte versuchen, nachher noch einen Schritt weiter zu kommen. Ich will nur noch ganz kurz, wir wissen alle, die Bevölkerung hat das so mit der grossen Mehr gut geheils im Jahr 2000, dass die Personenfreizügigkeit die Lösung mit dem Kontingent über alles nicht in diesem einfachen 1-zu-1-Schlüssel zu lassen. Wir müssen mit der Europäischen Union eine Lösung finden, wo gewisse oberste Grenzen festlegen, aber gleichzeitig im Grundsatz die Personenfreizügigkeit vorgesehen. Herr Blocher, bei den Drittstaaten haben wir ja das System schon lange. Und bei den Drittstaaten hatten wir auch eine grosse Zunahme. Darum frage ich mich, wie Sie auf die Überzeugung kommen, dass mit dem Wiedereinführen von einem unglaublichen bürokratielastigen Mechanismus die Lösung von Steuerung besser sein soll als jetzt. Oder das ist eine Lösung, die ich befürchte, dass sie sich nicht als erfolgreich zeigen wird. Wie mit der Drittstaatenregelung jetzt die Beweise gebracht wird. Und ich gehe davon aus, dass die heutige Arbeitslosungsstatistik belegt, dass man nicht zu viele Leute in der Schweiz über die Personenfreizügigkeit reinkommen lassen. weil ja die Beschäftigung hoch ist. Danke. Meine Herren, eine hochspannende Diskussion. Wir haben nur noch elf Minuten in der Sendung. Einen Satz muss man zuhören. Gut, nachher darf ich versuchen, erweitert den Weg zu machen. Wir haben in den letzten 10-15 Jahren seit dem 2000 etwa 800'000 Stellen gearbeitet. Bei gleichzeitigem Rückgang der Schweizer Bevölkerung. Das heisst, effektiv sind mehr Leute aus dem Arbeitsprozess ausgegangen, als man hat. Das heisst, man hat etwa eine Million zusätzliche Leute gebraucht. Das ist genau das, was gekommen ist. Das heisst, er möchte eben auch noch zusätzlich die Arbeitsplätze kontingentieren, nicht nur die Kontingentierung der Einwanderung. Die Wirtschaft hat die Arbeitsplätze abgenommen. Sie haben 800'000 neue Arbeitsplätze geschaffen. mit diesen Zahlen zu nennen. Ja, ich sage einfach, die Wirtschaft hat die gearbeitet, entweder im öffentlichen Bereich oder privat. Ja, aber schon im öffentlichen Bereich sind sie bestellt worden. Ja, nein, nein, nein. Sie sind bestellt worden. In dem, dass die Verwaltung sich einfach grössert wird. 62% sind im öffentlichen Bereich. Dann haben wir ja sofort in Bern weniger Bestellen. Ich weiss, die SVP gibt Bestellungen ab, die SB gibt Bestellungen ab. Es kommen immer Bestellungen, was man will. Und dann gibt es auch Bestellungen, also zum Beispiel mehr Grenzwache, mehr Sätze, so gibt es immer Forderungen. Ja, dann dürfen wir die Bestellungen zurückfahren. Weil die SP in dieser Frage in dieser Frage immer so sagt... Und das ist Konkordant, Herr Sohn. Das ist Konkordant. Ja, sie sind ja gegen Konkordant. Sie wollen es ja gar nicht. Sie haben jetzt vorher immer gesagt, warum die SVP nicht in den Bundesrat muss kommen. Jetzt können wir noch mal reden. Ja, nein. Also alles, was sie gesagt haben, hat ja gezeigt, hat ja gezeigt, dass sie nicht für Konkordant sind. Herr Löwra hat es offiziell gesagt. Aber ich glaube, die hat mir nicht zufrieden. Sie hat gesagt, der Entscheid muss jetzt Frau Wittmann-Schlumpf fallen und wenn Frau Wittmann-Schlumpf verzichtet, dann ist das klar. Machen Sie jetzt das Wohl vom Land, abhängig vom Entscheiden von einer Frau? Aber darf ich noch dazu sagen, ich wäre ein bisschen sagen, das bürgerliche Lager hat gut. Die FDP und die SVP sind zwei verschiedene Parteien. Die haben ja nicht miteinander Wahlkampf geführt, mit der gleichen Thematik. Wir haben Gemeinsamkeiten, das kommt schon, weil wir ja die gleiche Partei waren, 1848 bei der Gründung des Bundesstaats. Und nachher haben wir uns getrennt. Der Wahlkampf ist auch in der EU-Frage eine wesentliche. Und da kann man auch nicht nur sagen, es ist die SP. Also ich war in der Bundesverwaltung, da sind dann 90% massiv, auch im VBS. Alle, man muss in die EU, sind aber auch Menschen, und Mehrheit vom Bundesrat. Sind aber auch viele Sozialdemokraten, die Verwaltung. Aber die Freien, die Freisindigen, haben wir dort auch, die ganz grosse Auseinandersetzung. Weil der grosse Vertrag, der kommt, ist der mit der institutionellen Bindung. Das ist ein EU-Beitrittsvertrag. Wenn wir den genehmigen, rutschen wir in die EU. Also das ist das sogenannte Rahmenabkommen. Das sind wir bis jetzt in der Mandatsgebung allein. Die FDP hat das Mandat auch erteilt, und die sind noch in einer besonderen, schwierigen Lage, weil ihr eigener Bundesrat die treibende Kraft ist. Das haben wir beim Herrn Rogi Erleppi, die Kraft, die das braucht, als Partei gegen den eigenen Bundesrat angetreten. Das weiss ich noch nicht, ob die Freisindigen. Ich sage nur, ich wehre mich jetzt zu tun. Ja, das ist genau der Punkt, über die Leute gerne diskutieren. Also da ist eigentlich ein zentraler Graben, Herr Noser. Also ich denke, wenn wir jetzt Probleme so lösen, dass wir die bilateralen Verträge behalten können, dann haben wir mehr Freiraum bei der institutionellen Frage. Wenn wir die Fragen jetzt so lösen, dass wir die bilateralen Verträge verlieren, dann kann es sein, dass man mit dem Rücken zur Wand steht und relativ schnell ein Blödsinn beschlissen muss. Also erstens muss man klar und deutlich sagen, wir müssen die bilateralen Verträge sichern und das bedingt, in Gott's Namen erblochen, dass wir die Massen einwandern auf irgendeiner Kreuzart so umsetzen, dass sie bilaterale Verträge gesichert sind. Weil ohne Verträge wird man mit dem Nachbarn nicht zusammenleben. Da haben wir jetzt jetzt Verband an Vertrag, institutionelle Windung. Ja, jetzt institutionelle Frage ist nicht so ein Problem. Ich habe schon vor zwei Jahren die Partileitung einen Brief geschickt, wo ich gesagt habe, passen auf. Da hat es sehr viele Probleme drin, weil es ein asymmetrischer Vertrag ist und damit auch eine Gefahr darin steht, dass einen Souveränitätsabbruch macht. Ich persönlich will jetzt aber einfach viele Konditionen stellen, die kommen. Da kommen wir wirklich in die Teufelsküche. Ich glaube, mit dem Parlament muss man sagen, wir wollen einen funktionierenden Bundesrat, der die Probleme von diesem Land angehen kann. Die Partien haben ihre Stärke und die haben es ihre Stärke, weil sie Probleme adressieren. Also ist das der Kompromiss, und das hat zur Konkordanz gehört, ist das der Kompromiss von dem Bundesrat zusammensetzen. Alles andere führt zum Ausschluss von gewissen Bevölkerungsteilen. die sagen, wir müssen die Massen- und Einwanderungsinitiativen knallhart umsetzen, wir müssen den Rahmenvertrag, der jetzt ausgehandelt werden soll, den wollen wir nicht. Wir wollen Souveränität, Unabhängigkeit, wie es heisst von der SVP, das spielt keine Rolle, das muss knallhart so vertreten. Ich habe ja jetzt vorhin Herrn Blocher sehr gut zugehört und es ist gut gewesen, wenn er jetzt erklärt, wie man die Masseneinwanderung umsetzen muss, weil er so, wenn er es jetzt formuliert, heisst es, dass wenn einer ein Kontingent hat und mit seiner Familie kommt, ist es nachher ein Inländer, der dürfte ja auch dem seine Frau schaffen und so weiter. Das wäre irgendwo ein Mechanismus, der funktioniert. Man muss allerdings sagen, und die Antwort hat es der SVP nicht gesehen, aber mit dem ist die Einwanderung nicht gesenkt. Weil jetzt muss man noch eine Zahl festlegen, und durch die hat man sich drückt bis jetzt. Und das muss dann auch noch kommen, und dann wäre ich gerne der Vorschlag, wenn ich gerne von der SVP die Zahl muss man irgendwann festlegen, wo die Kontingent grösse ist. Die Zahl, die von Adrian Amstutz ist, die 40'000, von 100'000 ab und 40'000. Ja, und da müssen wir einfach korrekt sein. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist eine Zahl, die genannt wurde, das sagen wir nicht der Absender, aber wenn man diese Zahl nimmt, mit den jetzigen Asylanträgen, würde es heissen, es ist Null am 2016. Absolut Null. Man kann keine zusätzliche Leute haben, und das wird nicht funktionieren. Und dann habe ich gesagt, ich will den Vorschlag mal komplex sehen, weil, was Sie bis jetzt gesagt haben, das ist für mich bloß kein Funktionär, aber jetzt musst du die Zahl noch festlegen. Also, kläre es euch auf, Herr Blocher. Ich werde das nicht mehr im Freude machen können. Sie sollen einmal sagen, Herr Stöckli, merken Sie, Sie sitzen auf dem Stuhl jetzt ein Jahr und acht Monate nach der Volksabstimmung, wo das Schweizer Volk zugestimmt hat, dieser Masseneinwandlungsinitiative. Sie reden wahrscheinlich das erste Mal mit mir und jemandem passgeben aus der SVP. Sie töten so, wie wenn Sie das erste Mal erfahren würden, was gemeint ist in diesem Text mit Schweizer und Wohnflüchtlingen und was sind Flüchtlinge überhaupt da drin ist. Das hätten wir doch schon klären, am Tag nach der Volksabstimmung oder einen Tag vorhanden wäre ja noch besser. Also, der Gewerkschaftsbundsekretär, Präsident, der ja auch Ständerrat ist, Herr Reichsteiner. Da habe ich an öffentlichen Diskussionen die Frage gekommen, was ist ein Schweizer? Warum sind Flüchtlinge drin? Das habe ich vor ein paar hundert Leuten erklärt. Und er hat es leider auch nicht gewusst, weil er die Botschaft auch nicht gelesen hatte. Und das ist doch der Sinn. Hören Sie, Sie müssen uns nicht, wir haben keinen Anspruch auf die Zwei-Seite. Das sind die, die hier aufgenommen sind und die Mühen zu schaffen. Und sie töten nicht. 80 Prozent, habe ich in meinem Amt gemerkt, 80 Prozent der Flüchtlinge sind Jahre Sozialfälle. Ich habe nie geführt, Herr Ständerrat, eine Flüchtlingslehre, damit man die Flüchtlinge in Speziallehre schickt für einfache Prüfe ausgebildet. Zum Beispiel für Kramfahrer, für Backenfahrer, in Service. Wir haben es sehr gut zusammengespannt mit den Busverbänden, muss ich sagen. Gut, danke für den Schätzungen. Ich mache noch nicht, Schatz, aber am Schluss hat er keiner gearbeitet von diesen. Wissen Sie, warum? Weil die Sozialleistungen zu höher waren als der Lohn. Gut, danke für die beiden Fragen, die beantworten. Ich bin auch der Meinung, dass man die Integration als Hauptaktivität in den Vordergrund stellen und dadurch aber nicht den Arbeitsmarkt belasten. Das ist ein Teil des Arbeitsmarktes. Die müssen integriert werden im Arbeitsmarkt. Also, da sind wir schon ein wichtiger Schritt. Ja, aber das hätten wir ja nach der Abstimmung schon besprechen. Herr Stöckle, das wäre alles schon klar gewesen, wenn die SVP zwei Leute hätte im Bundesrat. Ja, wenn der Mauer hat das nicht gesagt. Die haben das auf eine Art Vertreter, dass die anderen hätten nicht hören müssen. Es geht auch um das. Ich bin überzeugt, Ueli Mauer hat das so gesagt. Aber wenn man 6 zu 1 oder 5 zu 2 abstimmen kann, muss man eben nicht zuhören. Und ich verstehe die SPP nicht, Herr Stöckle. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, Sie sind Vertreter von einer politischen Minderheit in diesem Land. Sie müssen doch alles Interesse haben, dass das aufrechterhalten bleibt, das Prinzip, dass wir sagen, in der Konkordanz wir freiwillig, die Stärkeren, freiwillig den Schwächeren etwas einräumen. Das machen wir nicht, weil wir liebe Menschen sind, sondern weil wir wissen, dass jede grosse Kraft kann ein Referendum ergreifen und kann über die direkte Demokratie wirken. Bei der AHV zum Beispiel. Wenn die Bürgerlichen würden sich zusammensitzen und einfach sagen, gut, wir machen das Rentenalter 88, können wir ja auch machen, wir haben ja die Mehrheit, ist gar kein Problem. Warum machen sie das nicht? Weil sie genau wissen, die SP, obwohl sie nur 18 Prozent hat, kann in einer Volksabstimmung etwas machen. Es ist so ein altes Prinzip in der Schweiz, dass wir versuchen, alle Minderheiten einzubauen, die irgendwo ein gewisses Gewicht haben. Und ausgerechnet die SP, ausgerechnet die SP, die so lange unter dem leiden musste, kommt jetzt mit der Arroganz des Patrons, ich muss es Ihnen sagen, Sie kommen mir einmal vor wie die alten Unternehmer der Basler Chemie, die in den 20 Jahren sagten, die Gewerkschaften brauchen wir nicht, wollen wir überhaupt nicht, und das bei SP sollte man am besten verbieten. So kommen Sie mir langsam vor, verstehe ich es überhaupt nicht. Ja, das ist eine sehr poetierte Äusserung, die natürlich überhaupt nicht zutrifft. Ich habe versucht, zu erklären, dass die Konkordanz absolut gelebt werden muss, aber dass es neben der arithmetischen auch eine inhaltliche gibt. Aber dafür, wir noch nicht mehr haben, dass es nicht mehr ist. Grüezi miteinander und recht herzlich willkommen zu der Basler Zeitung Standpunkt. Die SVP und die FDP haben die Wahl gewonnen. Wir fragen in dieser Sendung, was bedeutet das für die Zusammensetzung vom Bundesrat, was bedeutet das für wichtige Themen der Schweiz, für das Verhältnis zur EU, Rentenalter zum Beispiel, oder Energiewende. Wir machen es mit den drei grössten Parteien. Ich freue mich sehr auf unsere Gäste. Ruedi Noser ist bei uns im Nationalrat kandidiert für den Ständerat FDP-Kanton Zürich. Bei uns ist Christoph Blocher, Chefstrateg der SVP und ehemaligen Bundesrat. Ich begrüsse Hans Stöckli. Ständerat Kanton Bern wird wahrscheinlich wiedergewählt. Sie steht im Moment noch in der Wahl. Es ist eine aufgezeichnende Sendung. Die Dinge können sich auch noch entwickeln in den nächsten Tag. Ständerat SP Kanton Bern. Und wie immer Markus Somm, Chefredaktor und Verleger der Basler Zeitung. Guten Abend miteinander. Ich möchte nicht darüber sprechen, ob die SVP jetzt den Anspruch hat auf den zweiten Bundesratssitz. Es gibt viele Argumente dafür. Das klingt mir relativ eindeutig. Ich möchte eigentlich gerne wissen, von Ihnen zum Beispiel, Herr Stöckli, wenn Sie den zweiten Sitz überkommen, auf welche Kosten? Auf Kosten von wem? Ich glaube, es ist schweizerisch, wenn man die Beute verteilt, wenn sie an Land ist. Im Moment sind noch viele Fragen offen. Es sind überall vor allem Ständeratswahlkämpfe hängig. Und abgerechnet wird dann, wenn die letzten, vor allem in Zürich, entschieden sind. Und dann muss man als Zweites den Chef der Frau Wittmer-Schlumpf selber abwarten. Wenn Frau Wittmer-Schlumpf sich entscheidet, sie wolle nochmal antreten, wird sie von uns die Stimme bekommen. Wir haben sie zweimal gewählt. Und wir haben im Prinzip klar, dass in einem Bundesrat seinen Job gut gemacht hat. Wenn wir mit dieser Politik einigermassen uns einverstanden erklären können, dann wird man die Person wieder wählen. Sie sind natürlich nicht der Meinung, dass Sie jetzt zu der Eveline Wittmer-Schlumpf gehen und ihrer Nähe legen, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, auf der Basis des Wahlresultats zurückzutreten. Ich nehme an, es gibt viele andere, die sich diese Aufgabe selber gegeben haben. Ich nehme auch an, dass Frau Wittmer-Schlumpf sehr gewifte und gute, sie ist eine gute Bundesrätin, gute Politikerin ist, und sie ist auch Finanzministerin, also kann sie auch rechnen. Und dementsprechend warten wir jetzt mal für den Entscheid. Herr Blocher, zu Lasten von wem sollte der zweite SVP-Sitz gehen, wenn es einer gibt? Auf welche Regeln das gilt? Seit 1959 haben wir... Jetzt lassen wir doch den Bundesrat arbeiten und schauen, was er bringt. Wir sind mir einig. Nein, schauen wir, was er bringt. Aber Herr Hoser, der arbeitet jetzt schon seit eineinhalb Jahren und hat nichts gemacht. Das stimmt doch etwas nicht. Das stimmt auch. Da müsste der Fahrplan zuerst die EU mit England verhandeln. Wenn die Verhandlungen durch sind, dann kommt die Schweiz dran, wenn sie überhaupt dran sind. Bevor England quasi die EU mit der Schweiz gar nicht verhandeln kann. Gut, danke. Herr Stöckli würde gerne noch hören. Und da müsste die drei Jahre nicht gleich die schlechte Lösung in dieser Initiative sein. Genau, klar. Ein Stöckli. Wir möchten zehn? Nein, wir möchten eine vernünftige Zeit. Du weisst, wer unter Zeitdruck steht. Die Vertragsabschlüsse macht schlechte Verträge. Das Problem ist, Herr Blocher, die Schweiz muss das Verhältnis mit Europa regeln. Und wir brauchen Verträge. Und die Bilaterale 1 und Bilaterale 2, die waren so schlecht nicht, wie ich vorhin gesagt habe. Die waren vor allem für Europa gut. Nicht schlecht. Herr Blocher, die sind für die Schweiz... Wir sind ja nicht dagegen. Ja, die haben sie auch nicht gekämpft. Nur einer? Nein, nein, nein. Der ist auch eine Freizügigkeit? Wir sind zweimal im Referendum. Welcher noch? David, zum Schluss. Wir haben nur noch eine Minute. Ihr Konzept, Herr Stöckli. Wir brauchen nebst den Bilateralen Verträgen auch institutionelle Fragenerklärungen. Wir haben... Die Streitbeinlegung muss geregelt sein. Und jetzt ist eines klar, selbstverständlich wird der schweizerische Referendumsgedanken nicht geopfert. Das heisst, für mich gibt es kein Vertragswerk, das uns das Recht auf ein Referendum innerstaatlich wegnehmen würde. Aber das war genau vorgesehen mit dem, was Herr Burkhalt von will. Nein. Er hat schon recht. Das Referendum können wir machen, aber wir halten sich dann nicht dran. Wir halten sich nicht dran. Weil man so internationale Rechte vorhanden stellt. Herr Stöckli, das Leben muss ja jetzt sein. Entschuldigung, Herr Blocher. Ich glaube, der hat mich nicht zugelassen. Ich sage, wir brauchen ein Abkommen mit Europa. Das wird sehr schwierig werden, weil gewisse Interessenlagen ausdefiniert werden müssen. Aber wir geben unsere Systeme vom Referendum nicht auf. Aber Herr Stöckli, sagen Sie mal, jetzt haben wir schon sehr viele. Wir haben 200 Verträge mit Europäern. Wir sind am Schluss der Sendung. Ein Satz bitte. Wie viele Streitbeileckungen hatten wir in den letzten paar Jahren? Noch nie eine. Wir haben gar keinen Streit. Das Problem ist herbeigeredet. Es ist herbeigeredet. In der EU gibt es Länder, in denen die bilaterale Verträge nicht richtig anwenden. Genau. Und dort haben wir überhaupt keine Streitbeileckung. Dort muss man das lokale Recht rein. Das ist ein Scheinproblem. Herr Stöckli, die anderen Herren. Ich glaube, wir müssen in ein paar Monaten eine Sendung anberäumen. Denn das Thema ist wirklich sehr wichtig und auch sehr brisant. Am liebsten gerade in dieser Runde. Dann haben wir die Einladung geschrieben. Danke vielmals. Heute sind wir am Schluss der Sendung. Danke für die Diskussion. Das war die Basler-Zeitung, die nächsten Standpunkte in einer Woche. Schön, dass Sie dabei waren. Eine gute Woche. Wiedersehen miteinander. Herr Stöckli, merken Sie, Sie sitzen auf dem Stuhl jetzt ein Jahr und acht Monate nach der Volksabstimmung die das Schweizer Volk zugestimmt hat, dieser Masseneinwandlungsinitiative. Sie reden wahrscheinlich das erste Mal mit mir und jemandem aus der SVP. Sie tun so, wie wenn Sie das erste Mal erfahren würden, was gemeint ist in diesem Text mit Schweizer und warum Flüchtlingen und was in Flüchtlingen überhaupt hier drin ist. Das hätten wir doch schon klären am Tag nach der Volksabstimmung oder einen Tag vorher, das wäre ja noch besser. Also der Gewerkschaftsbundsekretär, Präsident, der ja auch Ständerrat ist, Herr Reichsteiner. Da hatte ich an öffentlichen Diskussionen. Da kam die Frage, was ist ein Schweizer? Warum sind Flüchtlinge drin? Das habe ich vor ein paar Hundert Leuten erklärt. Und er hat es leider auch nicht gewusst, weil er die Botschaft auch nicht gelesen hatte. Und das ist doch der Sinn. Hören Sie, Sie müssen uns nicht. Wir haben keinen Anspruch auf zwei Sitz im Bundesrat. Aber mit der Konkordanz, wenn sie gilt, müssen wir ja bereit sein, das zu machen. Und wenn er nicht will, sind wir aussen dran, aber das führt zu Situationen, wie wir es jetzt erlebt haben. Herr Bloch, darfst du noch einen Bezug zu dem, was Herr Nosy gesagt hat? Jetzt finde ich umschrieben. Oder er unterstellt Ihnen quasi von der Annahme aus, dass wenn es so umgesetzt wird, wie wir jetzt hier gehört haben, skizziert worden ist, dass es die Einwanderung gar nicht mehr kann und senkt. Entschuldigung, wir haben genau das System von 1970 bis 2007 in der Verfassung. Dass Flüchtlinge, aber die echten Flüchtlinge natürlich, die da sind, wie die anderen Schweizer, die da drin sind, dass die einbezogen werden müssen, auch in den Arbeitsprozessen. Das ist jetzt in der Verfassung, das ist im Freundarbeitergesetz kurz mal nicht drin gewesen. Aber die sind von den Inländern, nicht nur von den Schweizer, weil vorhin habe ich wieder versprochen. Ein Inländer ist kein juristischer Ausdruck. Nein, aber es ist klar, was es geht. Es ist schon juristisch, aber kein verfassungsmess. Mit Schweizer, da ist der Inländer... Herr Blocher, als Service für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Herr Nose hat mir in den Ohr geflüstert, ich komme auf die Frage, keine Antwort. Ich übergebe sie uns doch eine Antwort. Wird die Zuwanderung gesenkt oder nicht? In diesen 37 Jahren haben wir mit diesem System, bei starkem Wirtschaftswachstum, aber bei den Rezessionen, im Durchschnitt 21'000 Zuwanderung gehabt. Und jetzt haben wir 100'000. Und wir haben... Ich war ja Unternehmer, Exportunternehmer. Wir haben nicht viel gehabt im Parlament. Wir haben immer die Leute bekommen, die wir gebraucht haben. Aber die, die wir nicht gebraucht haben, haben wir nicht bekommen. Und darum dürfen Sie keine Zahlen nennen. Wir hatten Jahre, da haben wir vielleicht... die Bundesverteidigung angenommen. Das war früher, nicht 1943. Aber, und das ist der wichtige Punkt, da haben Sie völlig recht, dass man die SP sehr lange vom Bundesrat ferngehalten hat. Aber das war genau der Grund, warum es der Schweiz sehr schlecht gegangen ist in den 20' Jahren. Es war ein Riesenproblem in den 30' Jahren. Es war eben nicht eine gute Idee. Das Gleiche gilt für die CVV, die wir erst 1890 in den Bundesrat genommen haben. Wir hatten 20 Jahre einen permanenten Bürgerkrieg wegen diesem Fehler. Das heisst, die Regeln der Konkurrenz haben wir eben erlitten, dass es wichtig ist. Da können Sie nicht einfach sagen, ja, jetzt müssen Sie halt auch warten. Wenn man die Verantwortung für das Land hat, kann man doch nicht einfach sagen, ja, ja, wir haben uns auch gestraft, jetzt tun wir die auch noch. Wir haben doch in den letzten Jahren erlebt, dass das nicht gut ist, dass das für das Land nicht gut ist, wenn die maßgebenden Kräfte in diesem Land nicht vertreten sind im Bundesrat. Da geht es nicht darum, dass Sie sich jetzt einfach rächen können für das, was man falsch gemacht hat in den 20' Jahren. Das finde ich einen falschen Gedanken. Danke vielmals. Wird Ruedi Noser noch hören, auch vielleicht zu dem Instruktionsverbot, das Sie erwähnt haben? Also muss dann der Kandidat oder die Kandidatin der SVP auch noch gewisse Kriterien erfüllen oder nicht? Also das Parlament ist ja dann frei, zu wählen von der SVP, wer sie dann wirklich findet. Es wird ja vermutlich ein, zwei oder drei Kandidaten vorschlagen. Und vielleicht wählt man einen von diesen drei, oder vielleicht findet man einen anderen. Das wird man ja dann sehen, lassen wir das offen. Die SVP wird dann auch entscheiden, wie sie damit umgeht. Aber das ist ja nicht die Frage. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt streiten, wenn wir es ankasten, wer kommt da etwas? Es geht darum, wenn wir die Blockade, die wir in den letzten paar Jahren hatten, weiterziehen in die Zukunft. Oder wenn wir sagen, nein, jetzt haben wir mehrere Volksabstimmungen gehabt, mehrere Wahlen gehabt, man hat gesehen, wie es herauskommt, sind wir endlich bereit, in der Politik eine Deblockierung zu machen. Und die Deblockierung verlangt, dass man alle Kräfte einbindet. Die SVP ist die grösste Partie im Parlament, wie im Volksmehrin, und hat damit eigentlich legitimen Anspruch auf zwei Bundesratssätze. Nur eine Präzisierung, wenn ich darf. Was heisst Blockade? An was sieht man, dass das Land blockiert ist, Ihrer Meinung nach? Also ich meine, korrekterweise muss man sagen, jetzt gibt es in vielen Orten 30% Stimmen an der SVP, zum Teil sogar bedeutend höhere. Das heisst, es gibt anscheinend gewisse Themen, die wir in Bern bereit sind, zusammen miteinander zu lösen. Die wir ernst nehmen, wir reden nachher auch noch von inhaltlichen Sachen. Und wir brauchen einen Bundesrat, der bereit ist, diese Probleme zu lösen und ernst nehmen. Ich meine, der, der am meisten Freude haben könnte, wenn kein zweiter Bundesrat ist, ist eigentlich der Herr Blocher, weil dann ist der Wahl in vier Jahren schon gesichert. Es geht ja um das Anschlussende. Das Volk möchte, dass die Kräfte eingebaut sind in den Bundesrat. Und das hat nichts damit mit der Arbeit der Freie Wittmannschlumpf. Ich persönlich bei der Asi hat einen guten Job gemacht. Das hat überhaupt nichts mit den Personen. Es geht um das Land, um Konkordanz. Es geht darum, dass wir einen Bundesrat im Parlament verankert ist und eine Führungsverantwortung übernehmen können. Und ich will einen funktionierenden Bundesrat, der Führungsverantwortung übernehmen kann. Und das funktioniert nur, wenn der Bundesrat im Parlament abgestützt ist. Und von Fall zu Fall sehr mehrheitsfähig. Es kann nicht sein, dass in so einer wichtigen Frage so eine Partei nachher untervertretend ist in der Regierung und dasselbe hat ja gestimmt bei den SP in den 20er Jahren. Dort ging es um die soziale Frage. Und es war doch ein riesiger Fehler in den 20er und 30er Jahren, dass wir die wichtigste Partei, die die Arbeiter mit ihren damals legitimen Ansprüchen hätte vertreten wollen, dass wir diese herausgebrückt haben. Es gibt immer die gleichen Spannungen und es gehört auch zu der Schweizer Geschichte, dass wir das immer wieder lernen müssen. Aber jetzt haben wir es also wirklich genug lang gelernt. Ich bin sehr froh, dass Herr Nose noch hat erklären können, was er unter Blockade versteht. Also wenn ich richtig interpretiere, ist Blockade, dass die SVP gegen 30 Prozent den Wähleranteil gemacht hat. Ich habe ganz einen anderen Eindruck. Ich habe die Überzeugung, dass der Bundesrat und das Parlament sehr gut gearbeitet haben und dass die überraschenden Ergebnisse, jetzt für die Mehrheit im Parlament überraschende Ergebnisse die Initiative waren. Aber die Initiative, wäre auch vom Volk hergenommen worden, wenn der Bundesrat mehr von der SVP vorhanden wäre gewesen. Ist aber jetzt ein riesiges Problem, Herr Somm, die sagen, Europa-Frage, Asyl-Frage, dort brauche ich wegen dem eine zusätzliche Integration von der SVP in die Bundesrat. Das Problem ist nur, dass sich alle Parteien außerhalb der SVP in dieser Frage unterscheiden von der Haltung der SVP und dementsprechend durch den Bundesrat mehr. Das war mit den Anfällen so. Die Bürgerlichen haben keine Anfälle. Aber ich möchte eigentlich nicht zurückschauen, sondern machen wir es doch fest an, was sind die Kernfragen, die man allenfalls herziehen kann für eine Blockade vom Land. Ihre Seite sagt ja immer, es sind die Sachen, die nicht umgesetzt werden. Aktuelles und wichtigstes Beispiel wahrscheinlich die Umsetzung der Massen- Einwanderungsinitiative, Herr Blocher. Ja. Einfach was Herr Stöckl jetzt sagt. In dieser Frage an Europa ist die SVP allein. Es stimmt. Leider. Aber es ist doch kein Grund, die Konkurrenz nicht einhalten. Im Gegenteil. Man hat sie in der Regierung genommen, wie wir gesagt haben, das ist falsch, wenn er die, die noch nicht einverstanden sind, wir die nehmen. Wir wählen ja nicht einen Sozialdemokrat, weil wir einverstanden sind, sondern trotz einer anderen Meinung haben. Jetzt mit diesen Blockaden. Ich bringe ein Beispiel, wo wir einmal zwei Bundesräte im Bundesrat hatten. Das gab es einmal. Von 2003 bis 2007. Man hat doch viele Entscheide, wo es nicht zur Blockade gekommen ist. Ja. Wenn wir im Bundesrat waren und eine Lösung gefunden haben, die wir eingebracht haben und durchgesetzt haben. Und wenn wir nicht drin gewesen wären, hätte es eine Blockade oder eine Fehlsituation gegeben. Es gibt Beispiele, ich kann ja von diesen Beispielen reden, soweit ich das Amtsgeheimnis nicht verletze. In der Europafrage hatten wir hier im Bundesrat mehrere Sitzungen gehabt, weil der Bundesrat sagte, die Bestellung zurück. Es gibt unglaublich viele neue Stellen für die Durchsetzung. Sie sind ja überflüssig. Ja. Sie sind dann überflüssig da. Aber wer macht die Kontingentierung? Herr Blocher, ich habe das mitlebt in meiner alten Funktion und was es bedeutet mit dieser Kontingentierung. Ich auch. Das war sehr aufwendig. Aber jetzt führen wir noch einmal einen Abstimmingskampf für die Initiativen, die angenommen ist. Hättet ihr das auch bringen können. Sie haben es auch gebracht. Das Schweizervolk frisst nicht mehr 100'000 Zuwanderungen pro Jahr. Fertig. Das können wir nicht verkraften. Aber das ist entschieden. Wir müssen nicht immer wieder vorne anfangen. Danke vielmals. Jetzt haben wir nur neun Minuten. Aber die Frage natürlich, die Stadionraum gibt es mehr Bürokratie. Aber lassen Sie uns ein anderes Mal diskutieren. Eigentlich wollen wir in dieser Sendung noch etwas grundsätzlich sprechen. Wir haben einen Sieg von der bürgerlichen Seite. Was bedeutet das? Jetzt muss ich eine Auswahlsendung machen. Sie müssen mir helfen. Wo entscheidet sich jetzt die Kurswechsel? Ist das in der Europafrage? Ist es beim Rentenalter, wo rein sachlich gesehen eigentlich erhöht werden müsste, ist es beim Atomaustieg bei der Energiewende? Was kommt zur nächsten Zeit? Ich bin jetzt auch nicht ein Prophet. Die Energiewende ist offensichtlich. Die Sozialpolitik ist hoffentlich auch offensichtlich. Dort hat man ja gesehen, dass der sogenannte Linksrutsch im Parlament am stärksten war, ohne dass wir das gemerkt haben. Michael Herrmann in einer Untersuchung in der Zürich Seite gut gezeigt, wie das Parlament in den letzten vier Jahren eben nicht nur in der Energiepolitik nach links gegangen ist, sondern sogar in der Sozialpolitik, die wir nicht gemerkt haben. Da gibt es sicher Korrekturen. Ich glaube auch, dass es wahnsinnig wichtig ist überhaupt für das bürgerliche Lager, dass sie eine sichere Mehrheit haben, damit sie die Europafrage in den Griff bekommen. Weil ich, ich muss es ehrlich sagen, Herr Stürker, es tut mir leid, aber mit der SP sollte man nicht mehr zusammenarbeiten mit der Europafrage. Das ist auch das grösste Problem. In dieser Frage immer, so sei... Und das ist konkurrent, Herr Sonn, das ist konkurrent. Ja, Sie sind ja gegen die Konkurrenz. Sie wollen es ja gar nicht sein. Sie haben jetzt vorher immer gesagt, warum die SPF nicht in den Bundesrat muss kommen. Jetzt können wir nochmal reden. sagen, ja nein, alles was Sie gesagt haben, hat ja gezeigt, hat ja gezeigt, dass Sie nicht für Konkurrenz sind. Herr Löwrahr hat es offiziell gesagt. Aber ich glaube, Sie hätte mir nicht zulassen. Ich habe gesagt, wenn Frau Wittmann Schlumpf verzichtet, dann ist das klar. Dann machen Sie jetzt das Wohl vom Land, abhängig vom Entscheiden von einer Person. Aber darf ich nur dazu sagen, ich wäre wirklich sagen, das bürgerliche Lager hat gut. Die FDP und die SVP sind zwei verschiedene Parteien. Sie haben auch nicht miteinander den Wahlkampf geführt, mit der gleichen Thematik. Wir haben Gemeinsamkeiten, da kommt es schon, weil wir ja die gleiche Partei waren, 1848 bei der Gründung des Bundesstaats. Und dann haben wir uns getrennt. Dieser Wahlkampf ist auch in der EU-Frage eine wesentliche. Und da kann man auch nicht nur sagen, dass ich das bin. Also ich war in der Bundesverwaltung. Da sind dann nichts.